Guten Tag, heute treffe ich mich mit dem Vorsitzenden des VdKHs, dem Verein der krähenden Hähne. Und der ist ja auch schon aus seinem kleinen Misthaufen. Ich werde ihn heute befragen zu der aktuellen Thematik. Hallo! Meine erste Frage lautet, Herr Hahn, was tun Sie denn aktiv gegen die Beschwerden der vielen Langenhainer und auch Marksamerbürger? Nix! Weiter krähen! Okay, und was sagen Sie denn den Leuten, die wollen, dass sie aufhören zu krähen?